Weil das römische Militär war sehr stark in dieser Stadt. Und das war die erste Stadt in Europa, die eine Gemeinde hatte. Da wurde Paulus und Silas ausgepeitscht und geschlagen. Dort gingen sie ins Gefängnis. Dann geschah dieses Erdbeben. Und sie gab es dort eine junge Gemeinde. Und sie wurden verfolgt und sie hatten auch eine Art der Spaltung in der Gemeinde. Und Paulus nennt da zwei Damen, die miteinander im Streit lagen. Und er erwähnt sie sogar und sagt, hey komm, kommt mal ein bisschen runter und schaut mal, dass das wieder ein Bein liegt. Ich fände es hier auf dem Beamer und wir gehen mal durch den Text. Das ist einfach erstaunlich. Normalerweise verwende ich nicht die Message-Übersetzung im Englischen. Weil sie eher sehr frei das kommentiert, als dass es genau übersetzt. Aber nachdem ich all die verschiedenen Übersetzungen des Textes durchgegangen bin, und dann auch das Griechische mir angeschaut habe, auch die Grammatik dazu, habe ich mir gedacht, dass diese Message, also in der deutschen Botschaft, im Englischen, doch sehr wunderbar das übersetzt. Und einen Applaus für die Message-Translation. Lesen wir es einmal. Wenn du auch nur irgendetwas da herausbekommst, daraus Christus zu folgen, hast du da etwas für dich herausholen können? Hast du etwas für dich da herausholen können, darin, dass du Christus nachfolgst? Friede, Freude, Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade, eine Bestimmung, Hoffnung, Glauben, Charakter, Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Die Vergangenheit, sie ist vergeben. Ich habe einen Zweck für mein Leben. Und mein Zuhause ist im Himmel. Wenn du auch nur irgendetwas daraus erhalten hast, dass du Christus nachfolgst, wenn seine Liebe auch nur irgendwie einen Unterschied in deinem Leben gemacht hast, hat seine Liebe auch nur irgendeinen Unterschied in deinem Leben gemacht? Seine Barmherzigkeit und Gnade? Seine Barmherzigkeit, die all die Dinge vergibt, die ich verkehrt getan habe? Und seine Gnade, die mich dazu befähigt und bevollmächtigt, das zu tun, was richtig ist? Wenn das in der Gemeinschaft des Geistes zu sein irgendetwas für dich bedeutet, die Gemeinschaft im Geist. Wow. Wir sind eine Gemeinschaft im Geist. Der Tempel Gottes. Gott lebt in jedem Einzelnen von uns. Aber wir sind alle unterschiedlich, aber er manifestiert sich in uns. Was jemand haben, eine Calcium-Tablet auf dem? Mary ist asking. A Calcium-Tablet? Was ist das? Salt-Water? Anybody have salt? Okay. Oh, ich kann nach Hause, aber ich werde nachher sein. Wir sind die Gemeinschaft im Geist. Wenn das irgendetwas für dich bedeutet, die Freundschaften, die wir entwickelt haben, die Geschwister, die Familie, die wir haben in Christus, die Väter und Mütter, und die geistigen Cousins und Cousinen, wenn du ein Herz hast und es sich irgendwie auch nur kümmert, all das, das führt uns zu etwas hin. Er bereitet etwas vor. Okay, nächster Vers. So erfüllt mir meine Freude, dass ihr einerlei Sinn seid. Im Licht all dessen, was wir gerade gehört haben. Dieselbe Liebe haben. Einmütig im Geist. Und mit der Absicht, einen Zweck zu haben. Ich kann keine großartigeren Zweck mir denken, als zu leben, um so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Christus zu führen. Okay, nun Vers 3. Nun Vers 3. Tut nichts aus Eigensinnigkeit heraus. Oder leere Anmaßung. Aber mit Demut in der Gesinnung achtet einander wichtiger als euch selbst. Hilft anderen, dass sie am Weiterkommen. Das war die englische Übersetzung, New American Standard. Okay. Now go to Vers 4. Vers 4. This is also in the NASB and the Elberfelder. Do not merely look out for your own interests, personal interests, but also for the interests of others. An jeder nicht auf das Seine sehnt, sondern an jeder auf das Interesse des Anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesu war. Der dem Status nach Gott ebenbürtig war, der gleich war, aber nicht so viel von sich selbst erdachte. Er hat den Status, in dem er gleich war mit dem Schöpfer des gesamten Universums. John Chapter 1. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen. Er hatte einen gleichen Status mit Gott, dem Allmächtigen. gleiche Natur, gleiches Wesen innerhalb der Gottheit, der Trinität. Die zweite Person innerhalb der Gottheit. Und aus diesem Status heraus hat er nicht so viel an sich selbst gedacht, dass er sich da so festgehalten hätte, an den Vorzügen, an dieses Status, kostet, was es wolle. Vers 7. Nicht im geringsten. Als es an der Zeit war, legte er diese Privilegien der Gottheit ab und nahm den Status eines Sklaven an, indem er Mensch geworden ist. In Vers 8. Again from the message. Now this is the last verse. Letztes Vers. Und indem er Mensch wurde, blieb er doch auch Mensch. Er wird auch Mensch sein, und zwar Gott und Mensch für ewig. Das war ein riesiger Schritt für ihn. So zu werden wie wir. Für immer. Es war ein unfassbar demütigender Prozess. Er beanspruchte nicht spezielle Vorrechte. Stattdessen lebte er ein selbstloses, gehorsames Leben. Und dann starb er einen selbstlosen, gehorsamen Tod. An die schlimmste Art des Todes, nämlich die Kreuzigung. Vers 9. Aus diesem Grund auch hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen ergeben, der über jedem Namen ist. Und wenn wir zurückgehen zu Vers 3. Achtet einander als wichtiger als ihr selbst. Und schaut nicht so sehr auf euer Ereignis. Vers 4. Schaut nicht bloß auf euer Eigenes oder auf euch selbst, sondern schaut vielmehr auf den Anderen. Wie können wir Leute jetzt wichtiger erachten als uns selbst? Ist die Frau eines Anderen wichtiger als meine eigene Frau? Und sollten die Kinder von jemand anders wichtiger sein als seine eigene Kinder? Sollte die Gemeinde eines Anderen wichtiger sein als unsere eigene Gemeinde? Sollte da die Kreditrückzahlung für das Haus eines Anderen wichtiger sein als meine eigenen? Sollte die Gesundheit einer anderen Person mir wichtiger sein als meine eigene Gesundheit? Das kann ja hineinführen in eine Kodependenz, eine gesellschaftliche Abhängigkeit. Nun übernehme ich die Verantwortung für jemand anderes. Verantwortung für jemand Anderen. Und in dieser Form ist das Kodependenz, ist das negativ. Paulus sagte zu den Galatern, jeder soll doch seine eigene Last tragen. Und wenn ich für jemand anderes das tue, was doch die Person für sich selbst eigentlich tun sollte, sagen sollte, dann tue ich ihnen eigentlich etwas Unrechtes. Wenn ich zum Beispiel das Kinderzimmer aufräume für die Kinder, wo sie es doch eigentlich selbst tun sollten, dann tue ich ihnen eigentlich etwas Unrechtes. Wir wollen jetzt nicht irgendwie diese Kodependenz hier kreieren, diese falsche gegenseitige Abhängigkeit. Aber was kann das bedeuten, dass wir andere Menschen höher achten als uns selbst? Liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Da steht nicht drin, liebt euren Nächsten mehr als euch selbst. Worüber spricht Paulus da? Wenn wir uns diesen Text anschauen und die Punkte, die er da hervorbringt, wenn ihr liebe Christi auch nur irgendetwas euch bedeutet, und wenn wir von seiner Liebe sprechen, sprechen wir von seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Wenn es auch nur irgendetwas für dich bedeutet, dann in einer demütigen Haltung achte andere wichtiger als sich selbst. Und ich denke, worüber das da spricht, ist Folgendes. Zunächst einmal, was wäre das demütigste, was wir tun könnten? Was bringt mich da in eine Haltung der Demut? Demut ist eine Abhängigkeit. Aber was lässt mich wirklich abhängig von Gott sein? Ist es nicht meine Sünde? Und diese Notwendigkeit, Barmherzigkeit zu empfangen, wie wir gesagt haben, schon oft und oftmals. Das demütigste, was du tun kannst, ist, ist, Barmherzigkeit zu empfangen. Und noch einmal. Es ist demütigend. Lass mich da einfach graduieren, einfach einen Abschluss haben, eine Matura. Ich möchte nicht mehr immer Gott da bekümmern, dass ich da nochmal wieder Barmherzigkeit brauche. Das ist doch was für Kinder. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Das ist für Frauen. Das ist auch mit der Barmherzigkeit. Ich möchte männlich sein. Ich möchte es jetzt mal richtig machen. Ich möchte jetzt richtig leben. Ich bin auch stark. Ich habe meine Bestimmung. Ich habe das für mich festgelegt. Ich werde durchhalten. Ich bin mutig. Ich werde das jetzt machen. Aber Gottes Barmherzigkeit ist sein Plan A, nicht Plan B. Und Gottes Barmherzigkeit ist uns gegeben, um uns zu demütigen. Und Gott hat uns da hineingelegt in diesen menschlichen Körper. 2. Korinther 4, Vers 7 Da ist ein Schatz in irren Gefäßen, auf das die Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und wenn wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt, und wie viel Barmherzigkeit er für uns hat und wie viel Barmherzigkeit wir brauchen, nicht nur um Vergebung zu erhalten für das, was wir verkehrt machen, aber auch Vergebung für die Dinge, die wir tun sollten, aber nicht getan haben oder tun. Zum Beispiel das Beten für die verfolgte Gemeinde. Wie viele Brüder und Schwestern im Herrn einfach in der Welt im Gefängnis sitzen? Wie viele Leute einfach brutal geschlagen werden in diesem Moment? Wie viele Brüder und Schwestern wissen, dass es so 300 bis 500 Menschen gibt, Brüder und Schwestern von uns, die es lieben würden, hier im Gottesdienst zu sein? Die aber bis Mitternacht umgebracht werden sein werden. Brutal einfach dahingeschlachtet, weil sie einfach nur das glauben, was sie glauben. Aber das passiert jeden Tag. Jeden Tag. Beten wir für sie? Und die Bibel sagt, wir sollen an die denken, die im Gefängnis sind. Also möchte ich Gott um Vergebung bitten. Vater, bitte vergib mir, dass ich immer denke, dass mein Leben wichtiger sei, als für sie zu beten. Und aus diesem Kontext der Barmherzigkeit aus diesem Zusammenhang heraus sehe ich ein ganz neues Paradigma. Eine neue Weltsicht, eine Offenbarung. Dass ich Menschen wichtiger betrachte als mich selbst. Mit der Demut in meinem Sinn fange ich andere einfach an, wichtiger zu sehen, als mich selbst. Aber es kann nicht passieren außerhalb eben dieser Gesehnung, die einfach demütig ist. Und das geschieht auch nicht außerhalb davon, dass wir Barmherzigkeit empfangen. Denn wenn ich Barmherzigkeit empfange, dann bin ich wahrhaftig abhängig von Gott. Und wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, mir zu vergeben und mich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit, auf das ich im Licht wandeln kann. Wie Michael Bird sagte vor zwei Wochen, wandelt im Licht. Wandelt im Licht. Es ist ein Prozess. Was aber, wenn ich dieser Sache müde werde? Wenn ich vielleicht sage, naja, so schlimm bin ich ja gar nicht. Das habe ich gar nicht so gemeint. Naja, alle tun ein bisschen Klatschen. Das hat mir gerade jemand so gesagt. Na, alle tun noch Leute verleumden. Was soll das? Üben Nachrichten. Naja, und jeder macht mal so hier und da auch seine Fehler. Aber nicht jeder tut es dann verteidigen und das ist der Unterschied. Und es ist nicht so, dass alle das entschuldigen. Wenn wir unsere Sünden bekennen und Gottes Barmherzigkeit empfangen, dann beginnt dieser übernatürliche Prozess. Dann erfüllt der Heilige Geist einfach unser Herz mehr als sonst. Von diesem Punkt aus sind Menschen wichtiger als ich selbst. Weil dann bin ich so gefühlt, wie ich nur gefühlt sein kann. Ich bin rein. Ich wandle im Licht. Und von dieser Sichtweise aus kann ich hineingehen in Situationen und Menschen als wichtiger betrachten als mich selbst. Denn ich bin ein Empfänger seiner Barmherzigkeit. Und Gott möchte, dass ich diese Barmherzigkeit weitergebe. Freigebig hast du empfangen. Also gib auch freigebig. Und so wandeln wir auf dem Wasser. Das ist eine Offenbarung. Das kann man nur mit göttlichen Augen sehen. wenn ich Menschen als wichtiger betrachte als mich selbst oder wenn ich ihre Ideen als besser ansehe als meine eigenen. vielleicht sind sie überhaupt nicht besser Beweis. Vielleicht haben sie gar keine Ahnung, wie man ein Auto repariert. Und ich arbeite an einem Auto und ich bin auch ein Kfz-Mechaniker. Die kommen also vorbei und naja, vielleicht das Problem da im Reifen oder so. Wie kann ich ihn jetzt für achten als mich selbst und auch seine Meinung hier? Ich denke, dass es nicht im Reifen liegt. Hast du irgendwelche Ahnung von Autos? Nein. Nein. Dachte ich mir. Herr, hilf mir, dass ich ihn jetzt wichtiger achte als mich selbst. Ich bin nicht es. Ich bin nicht es. Ich bin nicht Also das kriege ich jetzt gar nicht hierhin. Aber wenn ich da in Begriffen von Barmherzigkeit denke und der Gnade dann kann ich Menschen als wichtiger sehen als mich selbst. Denn ich möchte ihnen einfach Gottes Barmherzigkeit weitergeben. Und was auch immer ich ihnen kommuniziere und es wird sein in einem Geist der Barmherzigkeit und in einem Geist der Gnade. Und wenn ich das mache dann achte ich sie höher als mich selbst. Die Idee mag vielleicht lächerlich sein. Und vielleicht müssen sie auch korrigiert werden. Aber wenn ich die Barmherzigkeit weitergebe die Gott noch mir gegeben hat dann auch achte ich sie als wichtiger als mich selbst. Und genau so hat Jesus gedacht als er dem Vater übereinstimmte dem Plan der Plan ist gut ich werde Mensch werden für immer und werden meine Brüder und Schwestern werden und ich werde nachsteigen und ich werde geboren werden als von einer Jungfrau und ich werde den schrecklichsten Tod erleiden der menschlich nur denkbar ist und damit werde ich sie erkaufen für uns und wir werden ihr Gott sein und sie werden unser Volk sein für immer. Was für eine Hingabe und Verbindlichkeit und das zu wissen was Jesus da dachte und diese Haltung da zu begreifen und zu begreifen und zu begreifen dass wir die gleiche Haltung in uns haben können aber wo geht es? Es beginnt mit dem Mut einfach ehrlich zu sein und damit Barmherzigkeit zu empfangen wenn dieser Fluss der Barmherzigkeit irgendwie stoppt wirst du was dann passiert? Dann werde ich einfach eine eigensinnige Person denn die Wurzel des Egoismus oder der Selbstsüchtigkeit ist die Selbstgerechtigkeit dass wir als Menschen denken wir bräuchten keine Barmherzigkeit oder dass wir da irgendwie ein Level erreichen wo wir es dann erreicht haben und abschließen können das führt nur hin zu dieser Eigensinnigkeit macht nichts aus Egoismus oder Stolz heraus wenn ich selbstgerecht bin brauche ich keine Barmherzigkeit ich mache ja nichts verkehrt ich nehme für mich nur an dass so wie ich bin alle anderen auch hören sollten und wenn ich einen Fehler mache dann habe ich es ja nicht so gemeint und wenn ich es vielleicht dann doch gemeint habe bin ich doch nur Mensch sind nicht alle Menschen und machen Fehler hier und dort was du damit sagst ist dass du keine Barmherzigkeit brauchst habe ich das gesagt hast du nicht so ausgesprochen aber dein Verhalten zeigt es doch es geht darum dass wir zu Gott gehen und Barmherzigkeit empfangen denn genau das bewirkt diese Demut in mir genau das gibt mir diese Befähigung andere als wichtiger zu achten als mich selbst es ist ein geistiges Phänomen Lukas Kapitel 18 zum Abschluss wir kennen diese Geschichte Vers 9 sagt Jesus er erzählte eine Geschichte den Pharisäern die sich dafür gerechter betrachteten sie vertrauten darauf dass sie doch gerechter seien und sie verachteten andere sie vertrauten darauf dass sie doch gerecht seien und als Folge davon achteten sie sich als wichtiger als andere wenn ich doch hier bedeutender bin als andere verdiene ich die Nacht nicht mehr und da kommt es dann so weiter sie sagen ja ich habe hier ein Anrecht wenn ich doch wichtiger bin dann nehme ich doch einfach nur das was mir zusteht du sagst dass das nicht depoistisch ist ich sage einfach nur dass ich wichtiger bin schau mal wie ich lebe nicht wie die ich faste und ich gebe den Zehnten von allem naja Vater im Himmel Dankeschön dass ich nicht so bin wie sie und Jesus sagt jemand der sich selbst erhöht wird gedemütigt werden aber da war er dieser Sünder der sich an die Brust schlug und er sagte nur Gott sei mir Sünder barmherzig der Herr sagt der der sich gedemütigt hat wird auch erhoben werden und ein Teil davon einfach erhoben zu werden ist einfach das wenn man einen ganz neuen Blick bekommt dass man da die Brille Jesu hat das Herz die Augen die Ohren einfach die Gesinnung Christi aber wie leicht vergessen wir dass wir gerade Barmherzigkeit doch empfangen haben was einfach uns normal gemacht hat wieder und gereinigt und plötzlich haben wir es wieder vergessen und das ist eine ganz andere Geschichte in Matthäus Kapitel 18 und kommen wir zum Abschluss diese Gemeinschaft des Geistes die Gemeinschaft des Geistes und all sie bekommt einfach ihren oder wird genährt diese Gemeinschaft des Geistes sie wird genährt durch die Barmherzigkeit Gottes jeder wird erneuert durch die Barmherzigkeit Gottes und wenn ich dann nun gereinigt werde füllt mich Gott auch mit seiner Gnade auf dass ich in der Lage bin mein Leben mit Freude auszuleben und so sagt Paulus ich bin an allen Menschen ein Schuldner denn ich habe so viel Barmherzigkeit empfangen müssen ich war der schlimmste Sünder der nur vorstellbar ist ich habe Christen umgebracht ich habe sie einfach getötet und das tut mir so leid aber Gott hat mir Barmherzigkeit gegeben und so bin ich allen ein Schuldner geworden jede Person die ich sehe ist wichtiger als ich selbst denn er hat damit einfach nur die Barmherzigkeit weitergegeben die er selbst empfangen hatte lasst uns beten Vater im Himmel Jesus Heiliger Geist das Leben woran wir uns so erfreuen können ist so ein Vorrecht und doch gibt es da diese Kämpfe es gibt da ein Reich der Finsternis das unser Herzen einfach befallen möchte es möchte einfallen in unsere Seele in unseren Verstand und uns auch Leid zu fügen an unseren Körper aber wir danken dir heute Abend für deine unermessliche Barmherzigkeit die auf uns herabströmt wie der Niagara Fall wir danken dir vielleicht ist jemand heute Abend hier wenn du sterben würdest heute Gott möge das nicht zulassen aber wo würdest du hingehen weißt du das in den Himmel würdest du am auffahren und dann bei Gott sein bist du sicher was ist da für deine Grundlage die Bibel sagt wir sind gerettet durch seine Gnade durch Glauben es geschieht nicht durch uns selbst es ist ein Geschenk Gottes würdest du diese Gabe empfangen heute Abend durch ein einfaches Gebet lass uns beten sprich diese Worte für dich aus Gott im Himmel vergib mir all die verkehrten Dinge die ich getan habe und reinige mich durch das Blut Jesu deiner Sohnes kannst du das sagen Gott im Himmel vergib mir all die falschen Dinge die ich getan habe und reinige mich durch das Blut Jesu deines Sohnes fülle mich mit deinem Leben ich lade dich ein in mein Leben in Jesu Namen Eric is going to pray for us bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal